Gewöhnlich hören gottlose Menschen gern Täuschung und Schmeichelei. Ehrenhaftigkeit, Tugend und Wahrheit aber weisen sie zurück. Zwei Männer, der eine ein Lügner und Betrüger, der andere ein aufrichtiger Mensch, machten zusammen eine Reise und kamen in das Reich der Affen. Da befahl der Affe, der sich selbst zum Anführer unter seinesgleichen gemacht hatte, diese Menschen festzuhalten. Er wollte nämlich wissen, was sie über ihn sagen würden. Er ließ alle Affen jeweils in einer langen Reihe rechts und links vor sich stehen und ließ gegenüber einen Thron für sich aufstellen. Und zwar ließ er sie so vor sich stehen, wie es ein Kaiser tut. Das hatte er einmal gesehen. Dann wurden die Menschen in die Mitte geführt und der Anführer der Affen fragte, was bin ich? Der Betrüger antwortete, du bist ein Kaiser. Und die, die du vor mir stehen siehst, was sind die? Das sind deine Herzöge und Grafen, antwortete der Betrüger. Eine Belohnung wurde ihm gegeben, weil er dem Affenkaiser geschmeichelt und alle Affen betrogen hatte. Dann befragte der Affe, der so gern Kaiser genannt werden wollte, den wahrheitsliebenden Menschen. Sage mir, was ich bin und was die sind, die du vor mir stehen siehst. Und er, der die Aufrichtigkeit liebte und es gewohnt war, die Wahrheit zu sprechen, antwortete, du bist ein Affe und die anderen sind auch Affen, genau wie du. Da befahl der Affenkaiser, dass dieser mit Klauen und Zähnen zerfleischt werde.